Die älteste urkundliche Überlieferung des hessischen Landesarchivs ist in den Beständen der Klöster Fulda und Hersfeld enthalten und wird heute im Staatsarchiv Marburg aufbewahrt. Die älteste Urkunde ist im Juni 760 ausgestellt und stammt aus dem Kloster Fulda. Darin schenkt König Pippin dem Kloster Fulda die Villa Deiningen im Riesgau, heute in der Nähe von Nördlingen gelegen. Im Zeitraum zwischen 769 und 775 stiftete der heilige Lulus, Nachfolger des heiligen Bonifatius, auf dem Mainzer Erzbischofsstuhl in Hersfeld ein Benediktinerkloster. Am 5. Januar 775 urkundete Kaiser Karl der Große in der Pfalz Kjerzi zweimal für die Neugründung. Zunächst nimmt er das ihm übergebene Kloster in seinen Schutz und sichert es gegen Übergriffe bischöflicher Gewalt und verleiht ihm die freie Abtswahl. Durch diesen Akt tritt Hersfeld in die Reihe der Reichsklöster ein. In der zweiten Urkunde vom selben Tag stattete der Kaiser das Kloster mit dem zehnten Teil der Villa Salzungen und deren Salzpfannen aus. Diese Urkunde gehört zu den am besten erhaltenen frühen Privilegien für Kloster Hersfeld. Das Siegel ist abgefallen und nicht mehr erhalten. Das Monogramm Karls des Großen wird gestaltet aus Namensbuchstaben des Ausstellers, die von links im Uhrzeigersinn angeordnet als K, R, L, S zu sehen sind. Sie stehen jeweils an den Ecken des rautenförmigen O, das seinerseits wiederum als Oberteil das A und als Unterteil ein V enthält. Damit ist es als Karolus zu lesen.